Hola und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir sind auf der schönen Web Quadrocolinas und in der Hunter Call of the Wild und das kann eigentlich nur heißen RP. Genau, darum soll es heute in diesem Video gehen, denn es ist ein neues RP geplant. Dieses soll vom 01.11. bis zum 30.11. dauern und diesmal auf der Map Quadrocolinas stattfinden. Bevor ich es vergesse, dieses Video mache ich, weil jeder, absolut jeder von euch bei diesem Projekt mitmachen darf, kann und auch dazu herzlich eingeladen ist. Also, falls ihr euch das folgende jetzt anspricht, dann geht doch mal schnell in die Videobeschreibung, klickt oder kopiert euch den Teamspeak Link oder IP und fügt den bei Teamspeak ein. Falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, habe ich dazu auch ein Video auf YouTube mal gemacht und das Ganze erklärt und dann hoffe ich, dass ihr auf unseren TS findet und zur neuen RP-Saison dabei seid. Denn wir haben vieles Neues und das würde ich euch gerne mal vorstellen und euch schmackhaft machen. Also, egal ob ihr im Endeffekt nur Zuschauer oder Mitspieler seid, neu ist, wie schon erwähnt, dass wir jetzt auf der Map Quadrocolinas sind und nicht mehr auf Fischfelden. Bisschen spanisches Flair reinbringen, aber das ist gar nicht so schlecht. Hier seht ihr einmal die Map. Sonst haben wir immer mit vielen kleinen Revieren gearbeitet. Diesmal arbeiten wir mit den vier Revieren hier. Ich lese jetzt nicht vor, weil dann lacht ihr wieder alle. Aber wir werden vier Reviere haben, das heißt vier Pächter und der Rest hat einen Begehungsschein und darf bei demjenigen mitgehen. Genau. Außerdem neu im Projekt ist, dass diesmal die Projektleitung nicht die Abschlusspläne vorschreibt, sondern die Revierpächter bei der oberen Jagdbehörde einen Abschlussplan einreichen und dieser dann nochmal überprüft wird, weil wenn einer sagt 200 Stücken Rotwild, dann geht das nicht, weil bei mir auf der Map sind in dem Revier nicht mal über 90 Stücken Rotwild. Also, genau. Falls da ein Abschlussplan nicht abgegeben wird, wird er natürlich von der oberen Jagdbehörde gestellt, aber sonst eigentlich nicht, denn wir wollen da ein bisschen mehr eure Meinung mit reinbringen. Außerdem wird es viele oder ein paar neue Rollen geben und die Reviere und Rollen werden anders vergeben. Sonst haben wir es immer früher per Verlosung gemacht. Diesmal wollen wir dafür aber eine Bewerbung. Je nachdem, wer sich dann da mehr oder besser beworben hat, bekommt dann die Rolle das Revier und natürlich kann man sich dann für mehrere Rollen und mehrere Reviere bewerben, aber man darf nur ein Revierleiter sein, nicht alle vier, und man darf nur maximal zwei Rollen haben. Das ist so unsere Vorgabe. Genau. Sonst haben wir auch ein paar Besprechungen dazu angesetzt. Die erfahrt ihr dann, aber sobald ihr auf unserem TS seid, das heißt, schaut da gerne mal einfach auf unserem TS vorbei, fragt nach jemanden von der Projektleitung, schreibt irgendjemanden an, hey, kennst du jemanden von der FP Projektleitung? Oder auch, falls ihr mich seht, Maurice, hey, das finde ich, dann schreibt mich doch gerne an, dann können wir gerne mal schnacken, da habe ich gar kein Problem mit. Und dann adde ich euch mal auf Steam und schicke euch die Informationen rüber und trage euch schon mal in der Liste der Teilnehmer ein und werde euch natürlich dann auch die Termine für die Besprechung übermitteln. Genau. Sonst ändert sich eigentlich nicht viel. Wer das aufnehmen will, darf das gerne tun. Ich werde das auch machen. Da freue ich mich auch schon. Ihr werdet natürlich vorher noch einen Trailer bekommen. Nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann. Und bis dahin werden wir noch ein bisschen Way of the Hunter zocken. Das heißt, bis dahin könnt ihr euch noch freuen. Erstmal nicht so viel Cold Wild. Und ich werde erstmal noch Way of the Hunter weiter zocken. Aber heute wollte ich mal einfach das Informationsvideo raushauen, damit ihr da alle auf dem Stand seid und ich freue mich ehrlich über jeden, der da mitmacht. Wir haben schon viele Bewerbungen tatsächlich. Es scheint bisher gut anzukommen. Aber man kann gar nicht zu viele Leute haben. Während des APs springen dann doch immer mal wieder ein, zwei ab. Ah, ich habe doch keine Zeit oder doch vielleicht nicht so viel Lust. Und deswegen, wenn ihr da Bock, Lust habt und vor allen Dingen auch die Zeit, dann seid ihr herzlich eingeladen, auf der schönen Karte Quattro Colinas mit uns das nächste AP zu spielen. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon ultra drauf. Wenn ihr das genau so seht, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ich tue das Beste, dass ich es beantworten kann. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und dann auch wieder in Oberhäufe der Hunter. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.